und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge von nether und schön dass du wieder eingeschaltet hast und wir sind diesmal ja wir sind diesmal in der safe zone gespawnt und jetzt gucken wir erstmal wo wir hier überhaupt sind wir sind hier irgendwie komplett am rande ich will ja ich weiß wo wir sind okay so wir gucken was haben wir denn überhaupt dabei noch eigentlich nichts mehr dann gehen wir mal ein bisschen einkaufen lobby noch wir haben uns ja okay wir haben das auf jeden fall money haben wir sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus so wir könnten mal gucken wie ist denn grünes licht cool das haben wir noch wie es generell aussieht mit waffen bauen wir schauen mal ist nämlich gerade stocke finster und ich habe jetzt nicht wirklich lust da raus zu gehen wir gucken mal so wir schauen mal okidoki so was haben wir denn hier was können wir denn hier können eigentlich nichts machen ne interessiert mich jetzt auch nicht wirklich die klamotten gut das könnten wir uns hier vielleicht bauen brauchen wir dieses und das gucken wir mal ob wir das haben das ist glaube ich die ist das eine mac oder ist das die ich weiß nicht wir schauen mal ob wir das ob wir die teile zusammen kriegen dann tauschen wir die dann gegen die utzi aus wir gucken mal wir gucken mal okay gucken wir mal wir brauchen das einmal wir brauchen das einmal wir brauchen das einmal und ich glaube es war das oder war es doch das egal wir nehmen das jetzt einfach mal mit und gucken mal ob wir damit in die pötter kommen vielleicht können wir uns ja das gute teil bauen ich bin mir nicht sicher aber vielleicht haben wir glück okay so schauen wir mal ja wir können sie bauen craft die macht 9 ok ist unsere dann tun wir nämlich jetzt die sache stelle hier die die uc weg packen und nehmen dafür die macht 9 weil dies nun mal richtig cool so dann haben wir das auch schon mal bäms so schubb dann machen wir wie folgt unload und schieben die rüber und die packen wir oben rein okay dann haben wir das auch das ist ja mal richtig gut so so warte mal wir haben 232 schuss dann kaufen wir uns habe ich noch ein bisschen muni okay so damit glaube ich kann man ganz gut leben essen trinken haben wir auch reicht auf jeden fall reicht so jetzt rüsten wir uns erstmal aus das packen wir mal hier rein das packen wir da rein das packen wir da rein und das packen wir da rein so dann sind wir auf jeden fall gut ausgestattet das können wir wieder hier rüber tun schübub so wir haben auf jeden fall so dass wir hier noch was haben wir hier noch moni drin hatte annot sack 270 so dann sind wir gut ausgerüstet okay einmal nachladen das war doch nach okay baby coole kiste so dann schauen wir mal es ist auf jeden fall stocke finster finde ich gar nicht ganz so lustig wir nehmen mal eben was zu trinken damit wir uns wieder aufladen und dann gehen wir mal glaube ich raus in die freie wildbahn ich glaube schon ist zwar jetzt nicht ganz so lustig im dunkeln aber er könnte noch was länger dauern bis es hell wird deswegen schauen wir mal was hier so los ist kein feier in der safe zone so jetzt sind wir erst mal hier raus und dann gucken wir gucken ob keiner guckt es dürfte schwierig werden wo ist das stocke finster er legt mich fett weg mich fällt wir sind immer noch in der safe zone wie groß ist denn die safe zone jetzt sind wir raus okay so schauen wir mal ob keiner schaut schauen wir uns mal ein bisschen hier um oder ist direkt was das ist cool so wir müssen mal wieder ein bisschen loot einsammeln ich glaube das ist gar nicht so verkehrt okay das ist jetzt nur money okay auch nicht schlecht safe zone ist nur die eine unter andere attack das schon mal nicht verkehrt okay das sieht ja schon mal ganz gut aus aber das heißt dann auch wieder dass die viecher alle hier irgendwie unterwegs sind gut aber das muss ja nichts heißen wir müssen da hinten rüber da war noch ein mülleimer dann könnten wir den leer machen das müssen wir nur aufpassen schön mit dem zielfeindrohr richtig geil also eins meiner lieblingswaffen hier definitiv okay ich glaube hier ist vorsicht geboten ja ein ein schreier ein schreier und ein crawler aber ich weiß nicht wo ist der schreier da ist der schreier bleibt doch stehen bleibt doch stehen okay da kommt schon der nächste o m g o m g meine fresse alter schon wieder einer okay wir haben ein ernstzunehmendes problem glaube ich hier tun wir tun sich die ganzen viecher okay wir gucken trotzdem ob wir dran kommen okay wo ist er wo ist er ich sehe ihn nicht scheiße ich höre zwar was aber ich sehe ihn nicht okay wir gucken erst mal im wohnwagen meine fresse ist das kacke hier ich hoffe dass gleich mal hell wird da sind noch karton jetzt hier sind noch kartons ganz viele kartons so sehen wir uns das auch noch mit so lädt sich langsam aber sicher auf waffenteile 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 okay es wäre schön wenn es mal hell würde dass man auch mal sieht was uns da hier angreift alles okay wir schauen jetzt mal den krankenwagen nach schön vorsichtig da ist wieder einer hinterm auto okay hier wimmelt es nur von viechern überall ich wusste dass das kommt okay drauf geschissen erledigt und der nächste spacko kommt kommt okay es ist hell schnell schnell wir könnten noch da hoch kraxeln da oben ist ein zelt vielleicht finden wir da noch was gute idee okay ich denke schon hier unten drin ist auf jeden fall nichts okay hier war mal ein feuer hier ist eine große kiste sehr schön sehr gut oh wieder waffenteile jede menge waffenteile silencer bumsibum okay mehr gibt es ja wahrscheinlich nicht gucken wir mal ah da ist schon ein schlafsack das ist natürlich richtig cool den nehmen wir mit guck mal was wir da drin finden also ein bisschen okay zack zack die flair kannst du behalten die will ich nicht da hinten ist nichts nix haben wir hier noch was schade schade hier ist nichts drin aber es wird hell es ist hell das ist schon mal richtig cool so zack da haben wir nochmal ein screenshot von ein cooles bild haben wir hier noch was hinter nein okay dann gehen wir wieder runter es wird ja langsam hell okay mal gucken wir mal eben sind wir eigentlich alleine wir sind alleine wir sind komplett alleine auf der map oh mein gott das heißt wir können hier nicht geringste art oh es ist ganz hell schwupp hell ein crawler ein einsamer crawler okay und wir sind der einsame jäger dann gucken wir mal ob wir hier noch was finden so geht das meine freunde legt euch nicht mit uns heute an wir haben nämlich eine super waffe die können wir auch verkaufen ok da ist schon wieder ein crawler und da hinten was ist das ein hunter so wir schauen oh guck mal da da ist ganz schön also wenn keiner auf der map ist kriegen wir den ganzen loot auf jeden fall ist ja auch nicht verkehrt so schauen wir mal jetzt fällt es wahrscheinlich auf der anderen seite raus ah ich hab schon fast gedacht schon wieder eine pickaxe ok ein schreier das hast du aber nur gedacht mein freund so aber nicht so haben wir nicht gewettet runter hier ist ja richtig party wieder okay das hätten wir auch erledigt also wir sind heute ganz gut dabei würde ich mal sagen so militärwagen krankenwagen okay vielleicht finden wir hier noch mehr sehen auf jeden fall sieht es vielversprechend aus nein da sind flieger den lassen wir jetzt auch mal schön in ruhe und da haben wir munition okay ein bisschen muni wäre nicht schlecht sehr geil danke zehn schuss in zehn schuss hier ist nichts dabei okay guck mal weiter ist hier irgendwo am rand noch ein bisschen was gebunkert hier drin ist nix schauen wir mal in den gebäuden hier unten da ist ein schlafsack so gucken wir weiter das sieht auf jeden fall ganz gut aus für uns im moment will ich mal behaupten die flair kannst du wieder behalten die will kein mensch ich habe ihn genau gehört ich habe ihn genau gehabt ihr noch gehört oder ist der flieger das noch weiter wie viel flieger sind denn hier umg es könnte kritisch werden wir den angreifen aber ich riskiere es trotzdem eiskalt vom himmel geholt bams so wir gucken hier weiter auf jeden fall sieht das richtig gut aus cooktower alter ist das gebäude kommt mal hier rein auch nicht schon wieder kommen die mal her alter sind die schnell ok wir sind auf jeden fall hier in dem tower wo wir aber nicht rein kommen denen wir aber irgendwie einnehmen können ist mir jetzt aber wirklich gesagt latte wir gucken jetzt erstmal weiter her hier wo es brennt ist bestimmt auch cool feuer 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 wir brauchen muni hier ist keine muni scheiße hier sind zwar zelte aber keine muni aber da ist eine große kiste alter schwede ok meine herren das sieht aber auf jeden fall richtig gut für heute uns für uns heute aus ok cool zucker zucker so als mitgenommen schauen wir hinten noch was anderes finden sieht nicht danach aus oder hier kannst du in die chilling launch gehen ok dann können wir hier auf den zug drauf auch nicht schlecht hilft uns das da steht ein monster da kommen wir auf jeden fall oben auf der bahnstrecke das schon mal gar nicht so schlecht hat man relativ guten überblick da hätten ist ein pflege da können wir dann wieder rüber gehen das hast du nur gedacht du kleiner spacko alter was haben die in weiten weites sichtfeld leck mich fett gibt es überhaupt nicht gibt es überhaupt nicht so wenn man da man sieht nicht wirklich gut hier aus wir ziehen voll die rauchschwaden hoch oh mein gott gucken wir noch hier am bahnhof vielleicht finden wir hier noch was da hinten brennt es auch so dann gucken wir noch mal hier können wir glaube ich rein in den zug ja toll da gibt es aber nicht unbedingt kommen auf die andere seite mit weiter kommen ok hier schauen wir mal wir hier runter gehen hier kommt man nicht weiter doch ach wir müssen eine gebückter stellung gehen alter so hier bedarf es dürfte es eigentlich ein bisschen kritischer werden besonders weil wir hier auf dem offenen feld sind so damit uns sehr nicht ist richtig geplatzt so gucken wir da ist doch was sehr schön jawohl wir haben wieder was gefunden ok not enough space ok pistole haben wir sowieso das war's ok die spawnen dann mitten hier auf dem gelände ist nicht ganz so witzig würde ich mal sagen ok muni wäre jetzt auch nicht schlecht toll das hast du ja nur gedacht mein freund ok da haben wir das nächste teil schon wieder gefunden was zu trinken sehr schön und hier ist auch noch mehr was ist ja mal heute liegt mich in der ok wir haben mehr als wir brauchen die sind auf jeden fall geschichte wir sollten mal was essen sondern wir schon zweiter aufladen können gucken wir mal hier im gebäude noch ob da irgendwas ist da kommt ein crawler ach der geht mir schon wieder im sack ja komm doch ok wir haben wieder unser level 30 erreicht wir haben uns wieder hochgespielt von ich weiß nicht mit wie viel war angefangen oder aufgehört hatten äh angefangen haben aber große kiste sehr schön mal gucken ob wir das noch mitnehmen können wieder waffenteil können wir uns im magnum bauen okay auch nicht schlecht ok den lassen wir einfach am leben würde ich sagen oder ja machen wir lassen wir ihn lassen das meint wo er ist